Rot-Weiß zu Gast bei Blau-Weiß. Nicht weniger als eine Lebenseinstellung. Bacallorz eröffnet das Pott-Derby! Dann haben wir natürlich 2-0 geführt. Da hast du gedacht, das Stadion, das Dach fliegt weg. Stoppelkamp mit Getwil! Stoppelkamp mit dem Tor! Grandioses Tor. Unfassbar krasses Spiel gewesen für uns. Engelmann, erstes Tor! 2-0 Rückstand und den Fans dann das 2-2 zu schenken. Das glaubst du ja nicht! Das ist der Ausgleich! Mit einer der größten Highlights meiner Karriere. So Traditionsduelle, das ist so das, wofür man dann auch auf dem Platz stehen will. Es ist Derby-Time. Wer jetzt nicht angeknipst ist, dem kann ich nicht mehr helfen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.